Vorurteile gegen Wessis, getestet an Herrn Yun, 2 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister kulturell zu uns? Erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis? Vorurteil, sie kommen in unser Land und wollen uns regieren, über alles bestimmen. Test an Herrn Yun. Herr Yun kam mutmaßlich zur Professur in den Osten, beziehungsweise nach Leipzig. Wurde später Oberbürgermeister. Daher trifft dieser Punkt wohl zu. Vorurteil, sie zerstören heimlich unser Land. Test an Herrn Yun. Herr Yun ist kein guter Oberbürgermeister. Er hat Leipzig heruntergewirtschaftet und dadurch dem ganzen sächsischen Bundesland schwer geschadet. Damit scheint dieser Punkt zuzutreffen.